Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Ja, wir spielen wieder in der DBBL meine Waldelfen, die Dropkick Woodies, gegen den zweitplatzierten, die Dunke-Elfen von Dog Evil, Hecarus Heulenhunde. Hecarus Heulenhunde, mein Gott. Ja, ähm, fünfter Spieltag, richtig? Ja, fünfter Spieltag und, ähm, ja, ich hab hier erstmal defensiv wieder aufgestellt, das Setup war fertig, diesmal gibt's kein Lohner. Ich hab mir von meinem Geld, also die Level-Ups haben wir hier ja schon gesehen, ist das nicht geil, ähm, ich hab mir von meinem Level-Up noch einen weiteren Reroll gekauft und hab jetzt hier auch, äh, ja, ein bisschen Fans im Stadion mehr als er. Ähm, ja, das bringt mir dann insgesamt Fame plus 2, also schon mal 20.000 mehr in die Teamkasse. Da kann man dann vielleicht auch mal den Apo beim Lohner, beim Lineman mal nicht ziehen, weil den kann man danach ja wieder ersetzen. So, nichtsdestotrotz, Apo ist natürlich für einen dieser drei hier gebucht, äh, der Rest ist völlig egal. Und, ähm, ja, schauen wir mal, ob wir meinen Wardancer mal skillen können, ne? Also den anderen hier, hm, der immer noch im fünften Spiel auf 0 SSP ist. Ja, mein Gegner hat leider versäumt irgendwie, dass er angreifen muss und hat deswegen auch erstmal für die Defensive aufgestellt. Dementsprechend lässt er hier Blocks aus und, ähm, ja, baut mich hier erstmal gut zu. Ja, also er macht eigentlich das Beste aus seiner Alten. Eigentlich falschen Aufstellung, oder was heißt falsche Aufstellung? War ja gar nicht so falsch, aber es ist halt schon ärgerlich, wenn man halt hier, äh, Rüstung 7 an der Linie hat und nicht draufhauen kann. Ja. Bei mir ist jetzt die Frage, wie offensiv will ich das Ganze angehen? Ähm, ich entscheide mich dazu, hier erstmal durchzustellen. Achtung, hier ist eine Hexe, deswegen darf das Feld natürlich nicht voll sein. Ähm. Ja, und ich baue das Ganze jetzt hier ein bisschen konservativ auf, habe hier eigentlich auch genug Linemen zur Verfügung. Das ist schon mal gut. Hier kann der Wardancer auf der Seite gleich blitzen. Einmal zum Baum hin, damit der Baum auch nochmal draufhauen kann. Er hat jetzt einen Dreiwürfelblock da auf den guten Herrn. Und, ja, da dachte ich mir, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da geht er zu Boden, ich kann dem Ganzen noch hinterher gehen, um meinen... Ne, gehe ich nicht. Kommt nicht. Ne. Ja, wahrscheinlich damit der Baum hier so ein bisschen in der Mitte das Spielfeld teilt. Ja, hier geht schon mal der erste Dot schief, da sehen wir die erste Eins dieses Spiels. Äh. Ihr könnt euch sicher sein, es folgen weitere. Auf jeden Fall auch bei vier Rerolls, das war es eigentlich nicht wert, das zu rerollen. Und ist deswegen in meinen Augen auch nicht falsch. Ja, hier blockt er sich hier den Weg frei, um hier nach vorne hindurch zu preschen. Ja, ich hatte natürlich richtig gut Glück mit meinen Level-Ups, aber auch mit dem Geld bisher. Ja, also auch wenn ich immer noch bei 0 zu 10 Casualties stehe, es ist halt, ähm... Ja, einfach ziemlich glücklich. Na, und der Baum bindet erstmal die beiden Elflein hier. Ich blitze den Durchgebrochenen, und zwar so, dass ich hier halt zur Not auch noch einen Follow-Up-Block habe. Da kriege ich nur Bow's Down, war am überlegen, das zu rerollen, aber das war mir eigentlich nicht wichtig genug, deswegen Bow's Down ist auch ein Erfolg. Dann liegt halt die Elfie hier und muss zumindest dodgen. Genauso wie ich da auch rausdodgen muss, meine Defensive hier steht noch, ich gehe ein Feld nach da, und dann kann ich ihn hier auch noch ein Feld zurückziehen, dass er nicht getaggt werden kann. Ja, hier sehen wir den Durchbruch auf einer Seite, mit immer einem Elfen, der hier hinten so ein bisschen stört. Ähm... Ist eigentlich nicht verkehrt. Zumal es ein Wrestler ist, der da auch sehr nervig sein kann. Wobei ich hätte den Wrestler halt schon gerne hier irgendwie drin gehabt, aber... Naja. So, wir haben hier diesen einen Lineman hier, der Bewegungs-Down hat. Äh, das ist kein Blitzer, sondern ein einfacher Lineman, der halt schon sechs Starspieler-Punkte hat und deswegen Block bekommen hat. Ansonsten haben wir hier eins, zwei, drei Blitzer und die Hexe. Ne, vier Blitzer, der andere hat schon Tackle hier. Ähm, ja. So sieht die Aufstellung da meines Gegners aus, das hatte ich gerade vergessen vorzustellen. Ja, seine Dodges gelingen. Ähm... Gerade wo ich sage, da gelingt auch mal einer nicht. Und jetzt hätte ich so gern Garda. Der hätte jetzt hier reinlaufen können und dann zack, zack, zack und noch ein Blitz und fertig und bumms. Ja. Hier habe ich mir jetzt erstmal einen Zwei-Würfel-Block gestellt. Er hier steht da unten auf. Hier versuche ich die Leute halt alle zu binden, nach Möglichkeit. Dass die halt entweder blocken oder wild dodgen müssen. Ja. Hier kommt jetzt der Block. Dann habe ich hier einen Follow-Up-Block. Da kriege ich sogar einen Pau. Jetzt habe ich hier den nächsten Block. Aber erstmal machen wir das Ganze hier noch sicherer, dass mein, ähm, Werfer nicht gesurft werden kann. Das war mir gerade an der Stelle wichtig. Er hier ist ein wichtiger Spieler, der muss in die zweite Reihe. Genauso wie er. Aber er kann ja dazu dienen, dass hier Tackle-Zonen fehlen. Und deswegen, da liegt der nächste am Boden. Den schiebe ich zum Baum, bleibe stehen. Und, ja. Damit hat er hier jeweils einen Extra-Block, den er sich da auch stellt. Da sehen wir den Block. Er steht schon weit in meiner Hälfte, in seinem Zug 4. Was eigentlich ganz gut ist für die Dunkel-Elfen. Wenn sie fokussiert jetzt auf einer Seite weiter prügeln, müsste das eigentlich reichen, um mich wegzubringen. Und da hören wir schon die Glocke. Das hier ist jetzt alles quasi am Rundenende nach den 4 Minuten. Und ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wie lange dieses Spiel gedauert hat. Es war gefühlt eine Ewigkeit. Aber, ähm, das ist auch okay. 4 Minuten Zugzeit hat man halt. Aber ich habe ihm halt versucht, ein bisschen vor Denksportaufgaben zu bringen. Deswegen, Abwehr ist meistens einfacher. Ja. So ist es. Genau. Ich wollte jetzt hier hinten blitzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Um da einen Durchbruch auf der Seite zu verhindern. Das hat schon mal gut geklappt. So, jetzt kann er wieder zurückgehen hier. Jetzt kann er auch noch einen Schritt zurückgehen. Ach, braucht er gar nicht. Alles klar. So. Hier vorne kommt jetzt der Block. Mit Tackle auf den Dodger. Aber bei Doppel-Pow braucht man natürlich auch keinen Tackle. So. Ja, hier wird jetzt schön erstmal gekuschelt. Alle gehen noch ein bisschen enger zueinander. Natürlich kann ich jetzt hier reinhüpfen. Na, immer auf die 2+. Ne. Wenn ich jetzt hier den Baum hinstelle, kann ich da sogar... Ähm. Ja, der Baum ist ja festgewurzelt. Äh. Schweigen wir davon. Frage ist, ob ich irgendjemanden zum Baum pushen kann. Im Moment noch nicht so richtig, aber der Baum ist trotzdem hier noch eine gute Linie da, wo er steht. Ja. Ich sehe gerade nicht so richtig die Möglichkeit hier, ähm... Weg zu kommen. Genau. Da kann ich jemanden zum Baum hinschieben. Beim Pushen hätte ich dann wieder einen Follow-Up-Block. Ist natürlich wieder hier der Lino. Ähm. Ähm. Da kann ich jetzt einen weiteren Block stellen. Hier hinten auch. Wenn ich mit ihm da hinschiebe, dann kann er da auch nicht mehr rausdodgen. So. Hier. Er hat sogar einen Dodge-Skill. Das heißt, ihn hätte ich... Äh. Ne. Er hat ja hier den, ähm... Äh. Äh. Den Tackler dran. Deswegen. Ja. Hier machen wir da auch nochmal dicht. Also er kann natürlich hier außenrum dodgen. Zack, zack, zack. Ballübergabe. Touchdown. Alles kein Thema. Und da sehen wir einen Rüstungsbruch. Das erste K.O. Das ist doch schon mal gut. So. Aber ich glaube, das liegt auch im Moment daran, dass ich einfach mehr Blocks habe. Hier kann ich jetzt mal meinen ersten von vier Rerolls aufbrauchen. Ich hatte vier bei vier ausbleibenden Zügen. Deswegen habe ich auch mal den One-Die gemacht. Und für mich war Puschen hier schon ein gutes Ergebnis. Ja. Hier kommt das K.O. Ähm. Auf der anderen Seite. Damit wieder alles ausgeglichen. Die Freude hat nicht lange gehalten. Und hier ist jetzt die Frage, wie offen ich aufstelle. Ähm. Hier klappt sein Dodge. Die können alle rausgehen. Damit stellt er hier unten nochmal eine Bedrohung auf. Für mich ist jetzt die Frage, mache ich jetzt hier eine klassische Elfenverteidigung auf oder nicht. Er stellt sich aber in die Mitte und verhindert das ein wenig. Deswegen. Ähm. Ich könnte jetzt hier Werfer, Fänger und so weiter da zack, zack immer schön dahin. Aber ich kann ihn hier auch einfach zurück pushen. Und das dachte ich mir, wäre jetzt eigentlich die richtige Variante. So. Da muss noch einer rüber. Hier muss auch noch zugestellt werden. Er muss jetzt da hin. Und er muss eigentlich noch da hin. Naja. Das ist vielleicht schon ein Feld zu weit. Aber hier habe ich jetzt trotzdem eine schöne Ecke. Jetzt kann er hier wieder pushen. Nach da. Push reicht mir in dem Fall aus. Down. Und gerade der Tegler zu Boden ist natürlich umso geiler. Und jetzt hat halt auch der Werfer hier, äh Entschuldigung, Fänger mit Stärke 2 seinen Drei-Würfel-Block mit zwei Assists. Und ich stehe hier eigentlich ganz gut. So. Mit der Hexe kann er sich hier aber jetzt eine Lücke pushen. Da runter. Jetzt braucht er einen Down. Ja. Da ist es. Die Hexe steht jetzt hier an mir dran. Das finde ich schon mal gut. Und jetzt macht er hier den ersten 2 plus Dodge. Den zweiten 2 plus Dodge. Alles kein Thema. Zwei Go-For-It's. Auch kein Thema. Und Touchdown. Ja. Ich hätte vielleicht da oben den einen Lineman noch ein bisschen näher ranstellen können, um das zu verhindern. Aber ich habe auch nicht so richtig damit gerechnet, dass er jetzt schon einen Touchdown machen will. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Naja. Gut. So ist es halt. Und ich habe jetzt zwei Züge Zeit, um den Ausgleichstouchdown zu machen. Natürlich wäre ich im nächsten Zug bei noch drei ausstehenden Rerolls und zwei Zügen. Naja. Ich kann ja nur einen benutzen. Aber da wäre ich dann mal reingehüpft und hätte zumindest versucht, ihn noch zu weiteren Dodges zu zwingen. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Touchdown in zwei Zügen hinkriegen. Ähm. Ich muss das mal irgendwie wieder ein bisschen üben, habe ich das Gefühl. So. Und auch da mache ich wieder ein Rechenexempel von. Deswegen, ihr seht hier die, äh, Leute, wie sie durch die Gegend, äh, wo stillen. Jetzt haben wir da nochmal schönes Wetter. Das weiß, der Ball fliegt nochmal ein bisschen weiter. Ein Scatter mehr. Ihr seht es hier. Das hängt aufgrund der, äh, leichten Brise zusammen. Ähm, er hat hier aber so schön aufgestellt, dass ich ihn da nur zur Seite pushen will. Obwohl er eigentlich volle Mann hat. Warum ist er hier noch draußen? Hatte er eine Bank? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, er hatte eine Bank. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. So, da klappt das schon mal. Jetzt kann ich eigentlich auf ihn hier werfen. Das mache ich aber nicht. Ich passe lieber hier auf den Catcher. Warum auch immer. Der Ball auf dem Agi-5-Wardancer wäre natürlich ein Traum, ne? Und deswegen, er hätte sich zuerst dahin bewegen müssen. Und dann hätte er hier den Ball von da nochmal übergeben. Ich habe immer noch einen Re-Roll frei. Agi-5-Wardancer, das ist derjenige, der den Ball in so einem Fall haben will. Ja, und hier versteife ich mich natürlich jetzt sehr auf eine Seite. Ich versuche hier den Tackler zu binden, aber es gelingt mir halt nicht so richtig. Und gerade dann nicht, wenn man natürlich von einem einfachen Lineman weggepaut wird. Als allererste Aktion wohlgemerkt. Das hätte auch in Double Skull oder in Bowes Down oder was auch immer sein können. Hier kommt jetzt die Defensive. Die Go-For-It's gelingen alle. Das erste Go-For-It, das zweite Go-For-It. Jetzt kommt erst der Blitz mit der Wrestle-Hexe. Das war eigentlich das sicherste von allen. Ja. Er hier geht auch nochmal ohne Go-For-It darüber. Also ich habe das jetzt irgendwie alles nicht so richtig verstanden. Und wir gucken jetzt mal, welche Möglichkeiten habe ich. Ich kann ihn hier wegblitzen und dann mich hier außenrum durchprügeln. Oder ich stelle, ja, diesen Assist muss ich hier irgendwie negiert kriegen. So rum. Und dann kann ich quasi ihn nach dahin folgen und kann dann hier quasi mir noch eine Lücke bauen. Oder ich blitze mich hier durch mit diesem Catcher. Aber wen soll ich hier zur Unterstützung stellen? Er muss auch auf die 2 plus dodgen. Das ist irgendwie hier alles so ein bisschen schwieriger. Ich entscheide mich dafür, quasi da das Go-For-It zu nehmen. Hier jetzt den einen Assist zu stellen. So, er geht da weg. Und jetzt entscheide ich mich dafür, mit dem Einwürfelblock ihn hier zur Seite zu schieben. Und dann quasi hier runter. Jetzt brauche ich nur noch 2 plus dodgen und nicht mit Tackle. Anders wäre es ein 3 plus 2 plus gewesen, ohne dass ich mein Dodge-Reroll hätte verwenden können. Also, ja, war glücklich von mir. Aber, egal. So. Lag auch daran, dass er natürlich auch meinen Wardancer gestunnt hat. Ist, ja. Passiert. Er stellt jetzt hier die Defensive ziemlich kompakt auf. Die Elfe steht auf außen. Das ist das Einzige, was ich hier noch nicht verstehe. Und da steht der Tackler in der Mitte. Auch das ist für mich in Ordnung. Ja. So, und ich habe es jetzt nicht eilig. Es steht 1-1. Theoretisch kann ich mich jetzt locker zum 2-1 durchgrinden. Achso. Ja. Es gibt einen Lineman, der geskillt werden will. Haben wir schon im letzten Spiel festgestellt. Da unten steht er und möchte gleich sein Pästchen werfen. Machen wir mal als erstes einen Block mit Block. Dann einen Block ohne Block auf den Wrestler. Dann können wir da nochmal blitzen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ihr seht schon, ne? Ja. Sehen wir. Jetzt könnte ich hier noch einen weiteren hinstellen, um den Surf zu vermeiden. Aber ich denke mir, wenn er da halt surfen will, soll er es tun. Tja. Ich hätte den ja auch da hinstellen können und von da blitzen und dann wieder weg dodgen. Tja. So ist es. Und wenn man dann auch noch eine 2 plus beim... Eine Doppel-1 beim Pickup wirft, dann ist das der zweite Turnover-Block, der mit einer 1 endet. Der erste war nicht so schlimm. Dieser hier. Lässt zumindest meine Ambitionen, hier jetzt einen schönen Cage zu bauen, leider außen vor. Immerhin, ich habe vorher die Leute noch so gestellt, wie ihr seht, dass er da eigentlich nicht durchkommt. So und wir sehen hier, der Surf wird vorbereitet. Der Wardancer braucht nur weggepusht werden. Und hier, zack. Leider Surf denied. Ha. Und jetzt macht er den großen Fehler und stellt seine Hexe an diese Position. Da treibe ich mir nur die Hände und denke mir, hört ihr schon die Beach Boys singen? Ja, er macht auch nichts mehr, um das zu verhindern hier. Also. Ja. Danke dafür. Also, Unterstützung. Er geht dann auch nochmal ran, weil Tackle-Zone auf dem Ball ist ja gut. Da sehen wir es. Reicht aus. Er bleibt stehen. Und dann kann der Werfer hier wunderbar der Texien surfen. An der Stelle hätte ich jetzt natürlich nochmal einen Pass machen können, indem ich halt den Werfer hier unten, oder Entschuldigung, den Fänger da unten ran gestellt hätte zur Unterstützung. Aber das war es mir irgendwie nicht wert. Und deswegen denke ich mir, hier ist die Aggression, ich nehme mal lieber den Ball mit dem Wardancer auf, der ohnehin keine Starspieler-Punkte hat und vielleicht sogar ein Pässchen vertragen könnte. So, erstmal hier versuchen einigermaßen, sich sicher wieder aufzustellen. Da, 2 plus dahin. Das war der Pfad des Cyanides. Also, das war schon mal gut, dass zumindest da der Dodge nicht schief gegangen ist. Ja, und hier können wir jetzt auch nochmal ihn wegschieben. Und damit haben wir ihn hier quasi eingebaut. Da stehen. Der kriegt auch keine Unterstützung irgendwo ran. Ähm, ja. Außer er dodged jetzt hier rüber, dadurch am Baum vorbei. Na gut, das muss schon mal ein Pau werden. Lustigerweise ist es das auch. So, und dann kann er wahrscheinlich auch noch da rangehen. Ja, genau. Und jetzt hat er einen Einwürfelblock. Ja, ach so. Bäumchen ist festgewurzelt, ne? Klar. Einwürfelblock hier. Zack, schieben. Das verstehe ich nicht. Bei ihm hier wäre er auch nicht. Also, gut, die beiden waren Dodger, er war nur ein einfacher Lightman. So. Aber. Schaut mal. Da habe ich schon wieder einen Surf. Leider, leider ist der Surf denied. Und ich nutze jetzt erstmal hier mein Bäumchen, um einen sicheren Cage zu bauen. Da hat sich mein Gegner erstmal beschwert und gesagt, mit Waldelfen caged man nicht. Weiß ich nicht. Find schon. Er hier kann jetzt da nochmal rüber, um hier auf der Seite auch nochmal so ein bisschen Aggressionspotenzial darzustellen, um hier zumindest die Bedrohung auf die Seite zu stellen. Und auch hier er, Bewegung 9, kann ja überall hin, wo er gerne hin möchte. Und auch da können wir nochmal rausdodgen. Jetzt haben wir hier eine schöne Linie zwischen den Dreien und den Sechsen dort hinten. Hier kann er nur schieben. Schiebt ihn natürlich von der Seite weg. Das ist auch richtig so. Und wenn hier jetzt irgendwas schief geht an diesem Blocks, bin ich hier hinten durch und baue da alles auf und er kommt nicht mehr hinterher. Aber auch der Dodge gelingt. Auch der Dodge gelingt. Ja. Nichtsdestotrotz, so richtig ist es keine Verteidigung. Hier stehen natürlich wieder zwei Leute. Ja, wenn ich das Bäumchen doch nur bewegen könnte. Ja. Ich kann keinen so richtig zum Baum pushen, aber weit weg vom Baum möchte ich auch noch nicht. Wir haben ja noch fünf Züge. Deswegen, wenn der Baum schon mal so blöd da rumsteht in der Mitte des Spielfeldes, dann versuchen wir ihn doch zumindest irgendwie einzubinden in das Spiel. Und ihr merkt schon, ich nutze trotzdem meine Geschwindigkeit aus, um jetzt da auf der Seite mit rüber anzugreifen. So, da gelingt mir der Dodge und jetzt kann ich auch hier mit nochem Dodge da nach vorne hindurch. Er steht jetzt zumindest schon mal in Touchdown-Reichweite. Und er hier war vielleicht einer zu viel auf der Seite. Er hätte vielleicht hier einfach auch beim Baum stehen bleiben können. Blitz mit Tackle, damit er beim Folgen hier drankommt. Da geht der Reroll raus, immerhin mal. Aber der Reroll hat sich auch gelohnt und normalerweise ist das dann auch gleich ein Send-Off. Also was meine Rüstung hier macht, ist krass. Also ich bin total zufrieden bisher. Sollte es natürlich nicht beschreien, aber naja, ich habe immer noch elf Mann für noch vier ausstehende Züge. Läuft, würde ich sagen. Ja, da kommt jetzt der Angriff da auf die Seite und im Endeffekt stellt sich mir jetzt eigentlich nur die Frage, wie stark möchte ich hier jetzt durchgehen? Da steht nur einer. Wenn die hier alle nicht gebunden sind, hat das eigentlich eine gute Chance, da durchzugehen und hier ein Cage aufzubauen. Und das sollte ich jetzt eigentlich auch tun. Ja, hier ist derjenige oder er. So. Da haben wir es. Leider nur schieben hier. Ich hätte ihn jetzt auch einfach da ran pushen können und nachfolgen können oder jetzt hier noch weiter durchgehen. Eigentlich habe ich ja genug Spieler hier, die noch Movement zur Verfügung haben. Also zumindest hier in die Lücke reingehen können. Oder ja, ich weiß es nicht. Also warum ich hier, den ich da und mit zumindest einen weiteren herangestellt habe, ist mir ein Rätsel. Und auch das hier hätte ich eine Unterstützung ohne Blitz, mit Blitz halt verhindern können, indem ich da und dann hätte ich hier einfach noch einen herangestellt. Also ich habe doch genug Leute zur Verfügung. Ich habe keine Ahnung. Auch hier hinten steht noch der Werfer, der da irgendwie nutzlos rumsteht. Also diese, diesen Turn habe ich echt nicht gut gespielt. Ja, da sollte er jetzt hier ran, um da zumindest das zu unterstützen. Der nächste Turnover Block mit einer Doppel-Eins. Das ist eine Doppel-Eins. Und damit habe ich eigentlich gerade zwei Leute überzahlt. Ja, der Cage wird da aufgebaut, er steht noch nicht in Touchdown-Reichweite. Hier unten kann ich ihn jetzt auch nochmal durchziehen. Das verhindert Bewegung. Ihn hier müsste ich jetzt eigentlich auch nochmal so einen Schritt weiter vorgehen lassen. Die hier können ja alle getaggt werden, aber das sind alles Dodger. Der einzige Tagler steht hier. Aber, soll ich sagen, schon wieder eine Eins. Und da war jetzt die Frage, hätte ich das da ziehen sollen? Das war der vorletzte Zug eigentlich. Er hier hätte jetzt auch noch rausdodgen können. Ich weiß nicht, ob das so erforderlich gewesen wäre. Außerdem hätte er auch hier einfach am Tecla dran stehen können. Dann hätte er mich hier vielleicht gesurft. Fertig, aus. Dann wäre es halt so gewesen. Ja, hier nimmt er natürlich den Tecla und bringt meinen Spieler zu Boden. Und jetzt kommt auch mal der Rüstungsbrecher mit einem K.O. Längst überfällig. K.O. ist safe. Alles gut. Und dadurch, dass er ihn hier weg hat, kann er natürlich da die Leute hinbringen. Aber, ja, ihn stellt er nur auf. Das ist gut gespielt. Und auch ihn taggt er jetzt da hinten mit dem Jungen. So, und jetzt ist eigentlich die Frage, was mache ich? Ich habe den Ball immer noch auf dem Wardancer. Es kann nur unentschieden ausgehen. Ich habe ihn jetzt hier rumgebracht. Jetzt kann ich hier nochmal da blitzen. Ich hätte auch hier andersrum blitzen können. Er kann leider nur schieben. So, wäre ich hier, musste ich folgen. Okay. Ja, jetzt kann ich natürlich keinen Käfig mehr bauen. Einfach, weil ich mir das alles selber so ein bisschen verbaut habe. Aber, schaut mal. Ich hätte hier ihn nach da pushen können. Er hätte da noch, also er stand ja da. Oder beziehungsweise hier hätte ich auch noch einige Leute durchziehen können. Er wäre da noch, hätte noch genug. Boopment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, da fehlte mir so ein bisschen Movement. Aber ich hätte ja auch hier einfach in der Mitte ihn weg pushen können. Und hier ganz gemütlich einen Käfig aufbauen. Und da so ein paar Touchdown-Bedrohungen auf außen. Die hätte er ja gar nicht mehr alle zustellen können. Nichtsdestotrotz, ich entscheide mich jetzt dafür, den Touchdown zu machen. Das war ein einfaches Ding. Und denke mir, ja gut, zwei Züge kriege ich irgendwie verteidigt. Indikatoren in meiner Stimme? Ewo. Einer weniger. Mein Läufer kommt nicht wieder. Ich entscheide mich jetzt dafür, hier für eine breit gefächerte Verteidigungsformation. Und schaue mal, was da so kommt. Habe hier die beiden Wardancer und auch notfalls den Catcher, um Dinge zurückfallen oder abfangen zu können. Und ich kriege sogar einen Blitz und kann sogar jemanden unter den Ball stellen. Ich kann hier nämlich einfach rüberhüpfen und ihn unter den Ball stellen. Dann sollte das alles sich erledigt haben. Ja. Ich entscheide mich aber dazu, hier außen rum zu blitzen, anstelle hier zu blitzen, um vielleicht sogar auf den Surf zu ver... auf den, äh, lieb zu verzichten. Naja. So. Er steht schon mal in Touchdown-Reichweite. Ja, ich spiele nämlich aufs 3-1, liebe Leute, und nicht auf einen sicheren Sieg. Ähm. Ironie in der Stimme? Nein. Ähm. Ja. Und es kommt, wie es kommen musste. Ich versuche hier auf die Stelle zu springen, um hier nochmal meinen Dodge-Rirol zu nutzen. Ich habe ja genug Rirols. So. Zack. Da hüpft das Ganze und landet auf dem Rücken. Und dazu stunt er sich nicht. Immerhin. So. Wir gucken uns mal an, was er gewürfelt hat, der Gute. Und, äh, es war eine 2 und eine 1. Damit hat auch das nicht geklappt. Leider, leider. Hier sehen wir jetzt auf der Gegenseite ein Pau nach dem nächsten. Um fair zu sein, er hat hier Skills. Deswegen, das ist auch schon alles in Ordnung. Ich ärgere mich halt einfach nur über meine Positionierung. Kann man so sagen. Mit dem Blitz kann man ja auch einfach nochmal alles sicherstellen. 2-2 zum Beispiel. Und dann kommt da auch keiner mehr durch. Außer außen rumgelaufen, einzeln und so weiter. Ähm. Ja. Ich hätte ja hier, ne, oder da. Also, so eine Hexe muss halt auf die Höhe kommen, um in Touchdown-Reichweite zu kommen. Da kann ich hier 1, da 1 und so weiter. Kann ja alles schön zustellen. Es war ja eigentlich nur die Frage, greift der, wie, er hat sehr kompakt hier auf der Seite aufgestellt. Also wollte er auch auf der Seite angreifen. Aber so sieht es halt aus. Hier sehen wir da auch nochmal, oder haben wir auch nochmal einen Pau mit der Hexe gesehen. Das sind ja auch genug Würfel. Und kurz vor knapp, die Glocke läutet schon, kommt der Junge da nochmal hin. Und auch da hört ihr den Glockenklang. Hier sehen wir ein misstlückter Dodge, aber da war der Reroll für. Tja, wäre schöner gewesen, wenn mein Ballträger, äh, wenn mein Spieler unterm Ball gestanden hätte. Dann hätte da hinten der Blitz erfolgen müssen. Ja. Hier mache ich jetzt einfach folgendes. Ich stelle ihn auf und habe hier ein 2-Plus-Leap für einen Push nach da. Dann ist er nämlich schon mal außer Touchdown-Reichweite. Und mit etwas Glück kann ich ihn ja sogar zu Boden bringen. Mit dem Skull geht das nicht. Mit dem entsprechenden Down natürlich schon. So, und jetzt ist einfach die Frage, was ich mache. Ich kann aufs 3-zu-1 spielen. Oder den einzigen, er hier steht, stellt keine Touchdown-Bedrohung dar. Er hier stellt eine Touchdown-Bedrohung dar. Und natürlich die Hexe. Und die Hexe ist die größte Gefahr von allen. Deswegen, hier kann ich ihn jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier irgendwie noch rumbringen. Zumindest versuchen. Oder halt ihn hier mit 3-Plus, 2-Plus da hinstellen. Das wäre wahrscheinlich die sinnvollste Aktion gewesen ohne Re-Roll. Aber Ich entscheide mich jetzt erstmal dazu, das hier alles ein bisschen kuscheliger zu machen und meinen Baum auch nochmal mit auf den Ball zu bringen. Jetzt habe ich hier schon 2 Tackle-Zonen auf dem Ball, von denen eine weggeblitzt werden muss. Ich nehme aber den Ball auf und lasse ihn den Ball dann fangen. Das Ganze war jetzt, und wir sehen es hier, eine 3-Plus-3-Plus. Und zwar habe ich dann versucht, 3-Plus-3-Plus-2-Plus-3-Plus-Touchdown. Das war mein Plan. Ich hätte aber ihn hier auch einfach rumdodgen können, um die Hexe zu binden. Nichtsdestotrotz, er muss ja auch jetzt noch einen Pau kriegen und vorher dodgen, weil ohne Dodge wird das Ganze nix. Oder halt hier meinen Wardancer zu Boden bringen. Ja, wenn man AG5 am Tackler stehen lässt, dann ist das halt so, dass derjenige auch mal zu Boden geht. Immerhin nur K.O., Gott sei Dank, sonst hätte ich ja schon den Apo nutzen müssen. Ja, hier sehen wir jetzt den Blitz. Der Rüstungsbrecher ist egal. Aber der Scatter erfolgt natürlich perfekt. Er kann hier den Ball aufnehmen auf die 2-Plus. Rerolls, wer braucht schon Rerolls für das Ganze? Macht jetzt hier auch nochmal einen Pass. Die Hexe fängt auf die 3-Plus, dodged auf die 2-Plus raus. Dafür hatte sie ja einen Reroll. Und macht da hinten ihren Touchdown. Ja. Ärgerlich. Das Spiel endet 2-2. Ich muss sagen, dafür, dass ich das Spiel eigentlich so im Griff habe, habe ich mich maßlos über das Unentschieden geärgert. Und habe wirklich, vielleicht hätte ich den Blitz nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen, scheiß doch drauf. Ich stelle da jetzt meine Defensive sicher. Und wenn er da durch will, soll er doch da durchgehen. Das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Ich hoffe, ich denke beim nächsten Mal da dran. Natürlich habe ich sie outblocked. Hat man auch, glaube ich, gemerkt. Das hat natürlich damit zu tun, dass er im ersten Zug vergessen hat, für Offensive aufzustellen. Nichtsdestotrotz habe ich mir mehr Blocks gestellt. Aber es ist halt nicht im Erfolg gemündet. Und so sehen wir hier wieder mal keine Injuries. Gott sei Dank. Das zweite Spiel hintereinander. Das ist doch schön. Ich meine, wenn keiner Mighty Blow hat, kann man das ja eigentlich auch nicht erwarten. Wobei, eine Injury wäre schon nett. Ich bin gespannt, was mir im nächsten Spiel so passiert. Nichtsdestotrotz, es geht um Team Development und ich habe keinen verloren. Es ist alles gut. Ich habe 100.000 in der Kasse. Könnte mir jetzt noch einen dritten Catcher kaufen, wenn ich das denn möchte. Ne, nicht er hier. Er hat ein Level Up. Und mein Werfer hat ein neues Level Up. So, und da ist jetzt die Frage, was ich tue. Ich habe nämlich ein Pasch gewürfelt. Das heißt, Zugriff auf alles. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, der Junge kriegt Dodge. So, fertig. Ich hatte schon mal einen Werfer mit Strong Arm. Das heißt, ich kann halt weiter werfen. Das heißt, ich kann halt die Taktik fahren, dass mein Werfer im hinteren Feld ist. Und dann halt einfach eine wunderschöne Long Bomb. Zum Beispiel auf den AG 5er, der ja auch in Tackle-Zonen auf die 2 plus fängt, werfen kann. Das ist halt eine neue Variante, die ich mir vorher noch nicht überlegt habe. Ich kann ihm auch Mighty Blow geben. Ähm, oder halt Guard. Und das leuchtet mich gerade an. Ähm, wobei das Problem ist, der Junge hat sein, hat ein Leader-Skill. Und, ähm, ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mich, ich muss nochmal in mich gehen. Also, die Werfer-Variante wäre Strong Arm. Guard wäre natürlich interessant. Ähm, ansonsten natürlich sowas hier wie Dodge. Und Dodge wäre der eigentlich Normal, den ich nehmen würde. Eigentlich auch Vorblock, weil, ganz ehrlich, äh, im Moment sind noch nicht so viele Tackler da. Und, ähm, mit Dodge ist man doch einfach auch mobiler und kann, wenn man getaggt wird irgendwo, einfach auch wieder weg. Äh, ja. Liebäugel ich am meisten mit, ähm, er hat meistens, ja, er steht ja weniger als Unterstützer irgendwo dran, als viel mehr als derjenige, der den Ball hat. Deswegen macht Guard nicht so viel Sinn. Aber ihr könnt mir ja mal eine Meinung dazu schreiben. Wir gucken mal, welche Partien stattgefunden haben. Wir sehen hier, dreimal gab es bisher ein Unentschieden und drei Teams haben noch nicht gespielt. Ich behaupte erstmal die Tabellenführung. Der einzige, der gerade rankommen kann, ist, ähm, der Malofax hier. Malofax kann mit einem Sieg, äh, mit Dodgeville gleichziehen. Und dann haben wir hier oben ein wenig, äh, er ist ein wenig kuscheliger. Das soll es erstmal von mir gewesen sein zum Level Up. Bitte einfach mal die Meinung schreiben. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Spiel. Euer Jagul.